So, Hallihallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß beim Schauen. Ja, ich habe es noch nicht geschafft, den Teil zu drehen, wie ich euch von meinem Ausweis-Seminar berichte. Ich habe aber jetzt mein Handy schnappen müssen, denn ich habe eine Mail heute bekommen, dass ich für die Friedrich-Naumann-Stiftung genommen wurde und da jetzt offiziell Stipendiatin bin. Und genau, das wollte ich euch mitteilen. Ich werde mit euch nochmal in Ruhe darüber quatschen, weil ich einfach ein paar Learnings habe, die ich euch mitgeben möchte und einfach euch allgemein ein bisschen von dem Ausfall, wie ich mir erzählen wollte. Dann nehme ich euch auch noch ein paar Sachen mit. Es stehen ein paar coole Dinge an. Ich bin jetzt dann im September als Volunteer bei der Bits & Pretzels und genau, die Noten sollte ich auch irgendwann mal wieder zurückbekommen. Ich erledige gerade ganz viel YouTube-Kram, arbeite nebenbei und im Oktober bin ich dann quasi auf der Einführungsveranstaltung von dem Stipendium und das ist in Potsdam. Das heißt, ich bin ganz schön viel unterwegs, wieder. Wie könnte es auch anders sein? Und genau deswegen, wir sehen uns dann gleich in einer ruhigen Minute wieder. Ich bin ganz schön vielquezinein. Come here, let me blow your mind, I don't wanna waste no time, baby, come on and blow my mind, I don't wanna waste, don't wanna waste, no, I don't wanna waste no time with you, yeah. No time to waste when you're in your place, she look at me like I don't wanna wait, sometimes I do, sometimes I don't, sometimes I don't, get high and cold like the summer to the fall. So, hello, ich habe ja gesagt, ich melde mich nochmal in der freien Minute und erzähle euch ein bisschen was über das Auswahlseminar. Genau, das Auswahlseminar hat in der Theodor-Heuss-Akademie stattgefunden, die ist in Gummersbach, das ist in der Nähe von Köln. Und da bin ich am Freitagabend schon angereist, da Samstag früh eben das Auswahlgespräch schon stattgefunden hat. Und da das ungefähr fünf bis sechs Stunden von mir in Bayern sind, musste ich da eben einfach schon früh anreisen. Genau, wir sind dann abends auch noch mit ein paar Bewerbern, die auch früher angereist sind, essen gegangen. Und da habe ich dann auch schon ein paar Leute kennengelernt, das war ganz cool. Und ja, am nächsten Tag war dann eben das Auswahlgespräch, man hat sich dann da getroffen, wurde begrüßt etc. Und im Vergleich zu der Studienstiftung war es eben ein bisschen anderes Auswahlverfahren. Also ich hatte nur ein Gespräch oder alle haben nur ein Gespräch. In meinem Fall zum Beispiel waren das jetzt mit zwei Ausschussmitgliedern. Und was ich auch mitbekommen habe, die Gespräche sind super individuell. Also manche werden viel zum Thema Politik gefragt, weil es ja auch eine parteinahe Stiftung ist. Beziehungsweise eben nicht parteiunabhängig, wie bei der Studienstiftung. Und deswegen wurden manche eben dazu viele Sachen gefragt. Oder manche wurden eben viel über den Lebenslauf gefragt oder über Ehrenämter etc. Bei mir wurde eben einiges zu meinen Ehrenämtern gefragt, aber auch allgemein zu dem Bereich Frauen und IT, weil ich ja sehr viel in dem Bereich quasi mache. Und dann auch ein bisschen noch so Sachen, warum die Stiftung und was ich denn machen würde, würde ich genommen werden, wie ich quasi von dem Netzwerk profitieren würde, wie ich für die Stiftung, also was ich für die Stiftung machen würde. Und genau, also so Fragen, die man eigentlich ja sich auch im Vorhinein überlegt. Nach diesem Gespräch, das dann ungefähr eine halbe Stunde dauert, konnten wir an sich auch schon abreisen. Und dann haben wir jetzt nach circa einer Woche Bescheid bekommen sogar schon. Also in meinem Fall war es jetzt eben eine Zusage. Ich habe auch schon von manchen gehört, die leider nicht genommen wurden. Ich habe auch von ein paar gehört, die genommen wurden. Genau, und da findet dann am Anfang Oktober quasi das erste Event statt. Da gibt es dann eben so ein Kennenlernen mit den anderen Stipendiaten, die neu aufgenommen wurden. Und es wird uns ein bisschen was zu der ganzen Stiftung gesagt, zu den ganzen Abläufen. Ja, ich bin ganz froh, dass ich jetzt irgendwo schon so einen weiteren Meilenstein für mich erreicht habe, weil es ist nochmal so eine Art, eine Anerkennung von den eigenen Leistungen, die man bekommt, wenn man eben dafür so ein Stipendium genommen wird. Und ich freue mich da einfach mega darüber. Ich habe mich jetzt ja nicht auf so viele beworben, aufgrund dessen, dass ich ja schon im Master bin. Also da muss ich sagen, habe ich echt sehr spät damit angefangen. Aber ich habe euch ja schon in einem anderen Video, wo ich nochmal über Stipendien geredet habe, erklärt, warum ich mich bis jetzt noch nicht, im Bachelor quasi noch nicht beworben hatte. Dass es einfach da nicht zu meinem Leben gepasst hat und dass ich mich irgendwo hätte verstellen müssen oder extra nochmal mehr Effort reinbringen müssen. Und es kam jetzt am Ende dann quasi alles von alleine. Das heißt, ich habe jetzt am Ende schon von alleine das erfüllt, was irgendwo so ein bisschen die Anforderungen sind oder was die Stiftungen so ein bisschen sehen möchten, halt eben das Engagement, das man dann hat. Und so war es jetzt am Ende auch, ich glaube, der richtige Weg. Und ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Ja, und hier noch nochmal an euch. Es gibt super viel verschiedene Werke, die Stipendien geben. Forstet euch da einfach mal durch, was am besten zu euch passt, womit ihr euch identifizieren könnt. Und am Ende wird es hoffentlich auch für euch klappen. Ich meine, bei mir war es ja auch so, dass es einfach bei der Studienstiftung nicht geklappt hat. Hat einfach nicht sein sollen. Und ist auch vollkommen okay. Ich habe daraus gelernt. Ich habe viel für mich mitnehmen können. Auch so was persönliche Dinge angehen, habe ich nochmal ein bisschen was tatsächlich über mich gelernt, weil ich, als ich über das Auswahlverfahren eben reflektiert habe, gebt einfach nicht auf. Ich meine, wenn ihr auch dann noch im Bachelor seid, gibt es ja auch die Möglichkeiten, sich dann nochmal zu bewerben. Bei mir ist es eben ein bisschen schwierig, weil ich jetzt schon sehr fortgeschritten bin mit meinem Studium und ja schon im Master bin. Aber selbst dann ist es noch möglich, zum Beispiel während der Promotion gefördert zu werden. Also wirklich, es lohnt sich da ein bisschen Recherchearbeit reinzustecken, sich darüber zu informieren. Denn so ein Stipendium bringt euch wirklich sehr viel, was das Netzwerk angeht, aber auch was andere Aspekte angeht. Wie gesagt, ich habe das Ganze in dem Video schon mal ein bisschen aufbereitet. Das war es eben dazu. Wenn ihr da noch Fragen habt oder wenn ihr da wollt, dass ich mal ein extra Video drüber mache, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann kann ich das natürlich auch für euch machen. Und genau, ansonsten ist jetzt noch Ende September die Bits und Pretzels. Da möchte ich euch auch gerne mitnehmen. Ich weiß noch nicht, wie das möglich ist, aber werden wir sehen. Ich habe da nämlich mich beworben für so ein Volontier. Das heißt, dass man da eben mithilft bei der Organisation, mit der Technik etc. Und da freue ich mich schon mega drauf. Und genau, dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn wir zusammenarbeiten, dann ist es immer noch ein Volontier. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann kann das Magik passieren. Hallo, ich melde mich nach dem Get-Together gestern zurück. Genau, ich habe ja gesagt, dass ich dieses Jahr für die Bits und Pretzels volontiere. Und da war gestern ein Get-Together, da haben wir andere Volunteers kennengelernt. Da hatten wir auch eine kurze Q&A-Session mit den Gründern von der Bits und Pretzels, was ich sehr cool fand. Und einfach so eine kleine Netzwerkveranstaltung, um die anderen ein bisschen kennenzulernen und uns schon ein bisschen einzufinden. Ja, nicht dann einfach direkt nur loszulegen, wenn die Bits und Pretzels stattfinden, sondern davor einfach schon ein bisschen untereinander sich connecten. Und genau, heute sollten wir eigentlich den Schedule bekommen, beziehungsweise wahrscheinlich kommt er vielleicht später noch. Und ja, nächste Woche geht es dann auch schon los am Sonntag. Ich freue mich unglaublich. Also das Event gestern hat meine Laune nochmal super krass nach oben gebracht. Oder meine Vorfreude. Das Event gestern hat meine Vorfreude nochmal super krass gestärkt. Und ja, ich schaue wirklich sehr... Ich wollte gerade I'm looking forward to it auf Deutsch übersetzen. Also ich freue mich einfach drauf. Ja, aber da der Vlog an dieser Stelle auch sonst wieder zu lang werden würde, weil ich so viel wieder gelabert habe, seht ihr die Eindrücke und alles andere im nächsten Vlog. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Vielen Dank fürs Schauen und bis dann.